Hey Frau, ich habe etwas Wichtiges dir zu schicken. Also setz dich hin und hol sie. Du weißt, wir sind schon so lange zusammen. Eine lange Zeit. Jetzt bin ich bereit, dir mein Bestes zu geben. Wow, du weißt es bei den Nackten und mein Herz liegt offen vor dir. Weidhofer. Ich gebe dir was, damit du weißt, was ich auf dem Herzen habe. Was ich auf dem Herzen habe. Ein ganz besonderes Geschenk auf Ness. Schau mal rein. Es ist mein schwarzen Packet. Es ist ein Packet. Ich kaufe dir keinen Diamond Ring. So ein Geschenk bedeutet doch nichts. Ich kaufe dir keinen Luxuswagen. Du musst wissen, du bist mein Glanzendesten. Ich kaufe dir kein Haus in den Hills. Brauchst etwas Wahres. Will dir was vom Herzen geben. Was besonders, girl. Es ist mein schwarzen Packet. Mein schwarzen Packet, babe. Es ist mein schwarzen Packet. Uuuuhuuhu. Was fand's mein Packet, girl. Ich bin geschehe genug, ein Geschenk bereit China zu geben. Ich habe genau das eine, um dir zu zeigen, dass du die Einzige bist. An alle die Jungen, die eine Frau bei der Brücke wollen Es ist einfach zu tun, verfolge einfach den Schritten 1. Mag ein Lagenpaket 2. Stil deinen Schwanz in das Paket 3. Lass dir das Paket aufmachen So mag man das Es ist mein Schwanz in Paket Mein Schwanz in Paket, babe Es ist mein Schwanz in Paket Mein Schwanz in Paket, girl Weihnachten Schwanz in Paket Hanukkah Schwanz in Paket Kwanzaa Schwanz in Paket Jeden feuer Tag einen Schwanz in Paket Bei deinen Eltern einen Schwanz in Paket Bei Helen Tag auf dem Markt einen Schwanz in Paket Backstage bei den Samas einen Schwanz in Paket Yeah, wow, 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 wow Mein Schwanz in Paket Das ist mein Schwanz in Paket I got that too What? What?